In einer Aussendung teilt die ÖVP mit. Wir werden gemeinsam mit ganzer Kraft für die Menschen in Österreich arbeiten. Als Abgeordneter angelobt wird Kurz erst am Donnerstag und nimmt daher weder in der Nationalratssondersitzung am Dienstag, noch in der regulären Sitzung am Mittwoch, in der sein Vertrauter, Finanzminister Gernot Blümel, seine Budgetrede hält, als Abgeordneter teil. Im Vorfeld der Sitzung waren keine kritischen Stimmen gegenüber dem Parteichef, der wegen Korruptionsvorwürfen das Kanzleramt zurückgelegt hat und nun ins Parlament wechselt, zu hören. Kurz sei in den vergangenen Jahren als Kanzler ein verlässlicher Partner für die Wirtschaft gewesen, so Wirtschaftskammer Generalsekretär und Madatar Karl-Heinz Kopf. Jetzt habe Kurz richtigerweise einen Schritt zur Seite gesetzt, um den Druck rauszunehmen. Es werde ein sehr respektables Ergebnis für ihn als Klubchef geben, sagte Kopf am Beginn der Sitzung und behielt Recht. Auch Vertreterinnen des ÖVP-Regierungsteams waren zur Sitzung gekommen, darunter Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Verteidigungsministerin Claudia Tanner und der neue Kanzler Alexander Schallenberg.